Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man Vicky von Vicky und die starken Männer zeichnen kann. Man beginnt, indem man erstmal den unteren Strich des Helms malt. Das gleiche jetzt noch einmal parallel darüber. Das gleiche jetzt noch einmal. Und jetzt noch die Hörner an die Seite. Jetzt setzt man hier die Haare an, indem man zwei kleine Striche runter zieht. Die Augen. Die Nase und der Mund. Hier oben sieht man an die Zahnreihe und unten die Zunge. Jetzt kommen die Haare. Und die Hände bzw. die Arme. Hier oben. Hier oben. Und die andere Seite auch. Dann kann man vorher hier den Hals nochmal. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Und jetzt werden die Haare noch in Striche unterteilt. Mal den Helm in einem dunklen Türkis aus, die Haare werden beige gemalt, das Gesicht in einer Hautfarbe, der Mundraum in einem Bordeaux Rot, die Zunge in einem hellen Rosa und den Pulli in einem Lila und dann ist euer Vicky fertig.